Willkommen zum zweiten Video im Bereich Prozesse und nachdem wir uns beim letzten Mal mit der Attentionalität beschäftigt haben, also den Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu leiten, was man vor allen Dingen dann braucht, wenn man Ereignisse hat, wenn also etwas unerwartet passiert oder vielleicht erwartet, aber man weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt es passiert, es kommt irgendwann dazu und man will dann informiert werden, dann braucht man diese Attentionalität, also Elemente, die nach der Folgerung der Attentionalität gestaltet sind, damit man die Aufmerksamkeit dann da wieder hinleitet, denn man weiß nicht, wo der Nutzer vielleicht gerade hinguckt, ob er überhaupt auf den Computer guckt, ob er überhaupt aufs Handy guckt, ob er vielleicht ein anderes Programm benutzt und so weiter und so fort. Dafür ist die Attentionalität wichtig. Nun geht es weiter mit der Beeinflussbarkeit und Beeinflussbarkeit hat immer was mit Kontrolle zu tun und das ist wohl das, wo unser Weltbild, was ich am Anfang mal vorgestellt habe, wir wollen dem Nutzer immer die Kontrolle überlassen, am weitesten oder am stärksten durchkommt, denn es gibt wohl kaum etwas Unangenehmeres, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass der Computer die Kontrolle über einen hat. Wir können ja mal gucken, viel der Diskussion darüber, ob man Computer nutzen sollte oder nicht, geht ja genau in so eine Richtung. Also da geht es meistens auf einer anderen Ebene darum, also bestimmt der Computer unseren Alltag oder so. Aber trotz alledem ist das ja eine ähnliche Diskussion. Also diese Frage, habe ich den Computer unter Kontrolle oder kontrolliert der Computer, was ich tue, die ist eigentlich eine ganz wichtige. So, jetzt kann man mal fragen, gibt es denn gute Gründe dafür, dass man Software so gestalten sollte, dass der Computer den Nutzer unter Kontrolle hat, also dass quasi der Computer den Nutzer steuert. Überlegt mal einen kleinen Moment. Es sollten euch eigentlich welche einfallen. Man könnte mit einer Empörung darauf reagieren und sagen, auf gar keinen Fall darf das sein. Aber es gibt tatsächliche Argumente. Es gibt zum Beispiel in der Aufgabe begründete Sequentialitäten. Da können wir sowieso gar nichts machen. Da gibt der Computer dann durch die Nutzungsschnittstelle vor, in welcher Reihenfolge ich etwas machen muss, aber es müsste sowieso in dieser Reihenfolge gemacht werden. Denn andersherum funktioniert es gar nicht. Das kann aber natürlich sein, dass ich meine, es könnte anders funktionieren und der Computer gibt es mir dann trotzdem vor. Dann fühle ich mich vielleicht nicht so besonders gut. Aber die anderen sind eigentlich viel mehr die, die häufig auch angeführt werden, wenn es in solchen Diskussionen, um solche Diskussionen geht. Prozessoptimierungen. Warum sollte man es einem Nutzer ermöglichen, es auf eine ungeschickte Art und Weise zu machen? Also so wie er das vielleicht möchte oder durch irgendwelche Fehlvorstellungen, zumindest aus Erzeugersicht der Software, Fehlvorstellungen, der Nutzer vielleicht geneigt ist, es auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und wir würden sagen, um Gottes Willen, machen wir das doch anders. Denn es gibt doch eine viel bessere Art und Weise. Es gibt doch den einen idealen Weg. Und den geben wir jetzt vor. Wir gestalten die Software so, dass dieser eine ideale Weg vorgegeben ist. Ich habe das hier mal Prozessoptimierung genannt. Die Erlernbarkeit ist leichter, wenn ich solch eine Software habe. Wenn ich eine Software habe, in der ich so rumwuseln kann, ich kann das in der Reihenfolge machen, wie ich möchte und andere machen es anders, ja, dann ist die Erlernbarkeit komplexer. Ich kann es zwar dann nach meinen Vorlieben machen, aber ich kann nicht gut einen Weg erlernen, weil es nicht den einen guten Weg gibt. Das ist so eine Fragestellung, wo man dann hinkommt, was ist eigentlich dann Lernen und sollte man tatsächlich das Erlernen so verstehen, dass man den einen idealen Weg quasi auswendig gelernt hat, anstatt dass man eine Beherrschung hat, dass man also verschiedenste Wege gehen kann und vielleicht auch weiß, warum der eine besser ist als der andere. Also ihr merkt, ich argumentiere schon immer so unterschwellig auch wieder dagegen, anerkennend aber, dass es diese Überlegungen gibt und dass sie nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Und letztendlich, und das hängt so ein bisschen damit zusammen, kann ich natürlich auch sagen, der Nutzer, der ist doof. Wenn ich den das einfach machen lasse, der macht ganz viele Fehler und das soll er nicht. Und deswegen gebe ich ganz genau, ganz klein schrittlich vor, in welcher Reihenfolge was zu tun ist und wann was wie passiert und dann kann der keine Fehler mehr machen. Und ihr könnt euch auch überlegen, dass das tatsächlich in älteren Systemen häufig so war. Teilweise lag es an der Nutzungsschnittstelle selbst, aber es steckte auch diese Idee dahinter. Also wenn ihr zum Beispiel eine Installation macht und macht eine Installation eines älteren Linux-Systems. Das habe ich vor Jahrzehnten erdulden müssen, schon 20 Jahre her und da war es eine Linux-Distribution, ein Debian-Linux. Das gibt es ja auch heute noch. Und es gab damals überhaupt gar keine grafische Nutzungsoberfläche da. Und man wurde nacheinander, textweise ging das runter, und man wurde dann eine Frage nach der anderen gefragt. Und die wurde man auch genau in dieser Reihenfolge gefragt. Man konnte die Reihenfolgen in keinster Weise ändern. Installationsroutinen haben heute noch diese Eigenart häufig, dass sie sehr starr in der Reihenfolge sind, obwohl es häufig nicht so notwendig wäre, es genau in dieser Reihenfolge zu machen. Gut, jetzt sind Installationen relativ seltene Operationen, aber generell hatte Software früher häufig diese Art und Weise. Also, dass ich zum Beispiel bei der Steuererklärung, wenn ich eine Software habe, die mir bei der Steuer helfen will, einfach in einer bestimmten Reihenfolge die Fragen stelle und die nicht überspringen oder sonst wie kann. Und dann habe ich dieses Problem, dass ich irgendwie fremdgesteuert sein möchte. Wir kommen auf diese eigene Wege finden und so später noch zu sprechen, wenn wir über Anpassbarkeit und über Heterogenität sprechen. An dieser Stelle geht es uns um nur einen kleinen Teil, nämlich um den kleinen Teil der Beeinflussbarkeit. Also, ihr seht aber, diese Argumente, die sind durchaus nicht von der Hand zu weisen, aber wir haben einen gewissen Grundwert, eine gewertgeleitete Technikgestaltung und sagen dann, dennoch wollen wir den Nutzern immer die Kontrolle übergeben. Jetzt habe ich eine relativ lange Vorrede gehalten für den Bereich Beeinflussbarkeit, aber diese Vorrede könnt ihr euch gleich fast ein bisschen mitmerken für die späteren Ausführungen zu den eben schon genannten Bereichen Anpassbarkeit und Heterogenität. Da passt die genauso hin. Kommen wir aber zur Beeinflussbarkeit. Was ist jetzt Beeinflussbarkeit? Wir haben gesagt, es gibt längere Prozesse, die ablaufen und die habe ich gestartet und jetzt laufen sie. Gut, und ich kriege vielleicht eine Rückmeldung dazu, wenn ich es gut gestaltet habe, wie lange sie noch laufen und so weiter und so fort. Und jetzt soll ich Beeinflussbarkeit sicherstellen. Was bedeutet das? Beeinflussbarkeit bedeutet, Nutzern die Kontrolle über den Fortlauf längerer Prozesse und Abläufe zu geben, indem diese Vorgänge selbst zum Gegenstand der Nutzungsschnittstelle gemacht werden. Aha, aha, also fortlaufende Rückmeldung brauche ich, dann habe ich nämlich eine Anzeige über den Prozess und dann habe ich ja auch ein User-Interface-Element, ein Nutzungsschnittstellen-Element, was ich nutzen kann, um eine Steuerung durchzuführen, um beeinflussen zu können, um den Prozess irgendwie beeinflussen zu können. Das bezieht sich auf Langläufer, das sind diese langlaufenden Prozesse, von denen ich gesprochen habe, wo wir die fortlaufende Rückmeldung haben, oder auch auf Vorgänge, die aus vielen Schritten bestehen. Ihr könnt euch einen Bestellvorgang überlegen. Ein Bestellvorgang hat ja immer etliche Schritte, die man durchlaufen muss und auch das ist ein langlaufender Prozess und auch da muss ich dem Nutzer die Kontrolle überlassen, dass er da nicht fremdgesteuert wird. Deswegen auch hier die Beeinflussbarkeit. Hier ein schönes Beispiel, wo es die Beeinflussbarkeit nicht mehr gibt. Das ist, wie ihr vielleicht seht, eine ältere Fassung dieser Veranstaltung. Rechts ist das vorvorvorletzte Foliendesign, glaube ich, und links das vorvorletzte oder auch wie auch immer. Jedenfalls habe ich Folien neu gestaltet und umsortiert und habe einzelne Folien aus einem alten Foliensatz von der rechten Seite in einen neuen Foliensatz auf der linken Seite herüber geschoben, in dieser Software Keynote hier. Gut, das funktioniert auch. Ihr seht, da steht kopieren, nur es funktioniert nicht so, wie ich mir das dachte. Warum nicht? In dieser Folie waren Videos drin und die Folie war nicht lokal bei mir auf der Festplatte abgespeichert, sondern lag auf einem Netzwerkshare und der Zugriff darauf war langsam. Das führte dazu, dass dieses Kopieren unglaublich lange dauerte. Also ich habe bestimmt schon fünf Minuten gewartet und es ging und ging nicht voran. Und also die ersten paar Folien ohne irgendetwas gingen schnell durch und dann kamen die mit dem Video und es stand quasi, dieser Balken. Und was ist jetzt? Was kann ich nicht machen? Ich kann es nicht abbrechen. Es gibt keine Möglichkeit oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich müsste es wieder ausprobieren. Es gab damals keine Möglichkeit, hier abzubrechen. Unerträglich. Das Einzige, was ich machen konnte, und das habe ich dann am Ende auch gemacht, ich habe mir einen Taskmanager genommen, also einen Process Viewer und habe den ganzen Task gekillt. Damit habe ich es abgebrochen, aber alle Bearbeitungen, die ich da gemacht hatte, die habe ich mir dann auch abgebrochen und die waren dann weg. Das fand ich sehr bedauerlich. Und das ist auch keine gute Gestaltung. Das heißt, die Beeinflussbarkeit, die einfachste Art der Beeinflussbarkeit ist die Abbrechbarkeit. Und Abbrechbarkeit ist immer notwendig, denn, naja, ihr habt, euch ist das auch schon passiert, mit Sicherheit. Ihr habt etwas gestartet und dann stellt ihr auf einmal fest, um Gottes Willen, das dauert ja Stunden. Oder ihr habt es gestartet und habt dann gemerkt, oh, das sind ja die falschen Dateien zum Beispiel, die ich jetzt hier kopiere. Die wollte ich ja gar nicht. Also muss man es abbrechen können. Oder ihr überlegt es euch zwischendurch auch anders. Ihr merkt, ach, naja, vielleicht ist das eine dumme Idee gewesen. Also ihr müsst diesen länger laufenden Prozess abbrechen können. Das heißt, dieses Abbrechen gehört immer mit dazu, dass ich immer ein Prozess abbrechen kann. Und das haben auch die allermeisten Systeme an den allermeisten langlaufenden Prozessen. Das war eben schon tatsächlich eine Ausnahme, die man auch erstmal finden muss. Wichtig ist aber, wenn man Abbrechbarkeit hat, dass man dann eine gute Rückmeldung hat. Das heißt, wenn man auf Abbrechen drückt, dann muss natürlich der Nutzer darüber in Kenntnis gesetzt werden, was eigentlich passiert, wenn auf Abbrechen gedrückt wird. Denn das kann ja zu ganz komischen Situationen führen. Es könnte zum Beispiel dazu führen, dass man in einem Zustand ist, der undefiniert ist, weil Teile umkonfiguriert, Teile gelöscht, andere Teile nicht sind oder sowas. Darauf muss man jemanden hinweisen. Oder dass man dann vielleicht Stunden nochmal irgendwie später braucht oder so. Solche Hinweise müssen auf jeden Fall kommen. Wir brauchen also auf jeden Fall eine differenzierte Rückmeldung, sowohl mit Feedback als auch mit Feedforward an dieser Stelle. Was allerdings eigentlich nicht passieren sollte, war das, was ich gerade gesagt habe. Dieser undefinierte Zustand. Den sollten wir möglichst nicht bekommen. Es sollte also nicht so sein, wenn ich zum Beispiel eine Reihe von Dateien kopiere von A nach B und breche das nach einiger Zeit ab, dass dann einige Dateien in B angekommen sind und die anderen noch nicht. Das ist nämlich ein Zustand, da macht man dem Nutzer hinterher wieder großes Aufhebens, dann diese Dateien wieder zu finden und im Zweifelsfall einzeln wieder löschen zu müssen. Wenn man das möchte, dann sollte man beide Möglichkeiten eigentlich anbieten. Dass man den beim Abbrechen dann sagt, in einem zusätzlichen Fenster, wo dann drinsteht, ja, man könnte sich entscheiden, ob man die behält, die schon kopiert wurden oder ob man den vorherigen Zustand wiederherstellt. Der Standard sollte auf jeden Fall sein, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Das ist manchmal aber gar nicht so einfach, denn es gibt Situationen, in denen schafft man das nicht. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich formatiere eine Festplatte. Wenn ich eine Festplattenformatierung mache und breche die ab, dann kriege ich es ja kaum hin, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Das ist sehr, sehr schwierig. Oder eine Betriebssysteminstallation. Ich mache eine Betriebssysteminstallation und breche die ab und dann ist der vorherige Zustand wieder da. Auch das ist nicht ganz ohne. Es könnte vielleicht gehen, je nachdem, was für eine Art von Installation das ist und wie es sich mit dem Dateisystem verhält und so weiter. Aber es ist nicht ganz einfach. Das heißt, es gibt Situationen, in denen man dieses Zurücksetzen nicht schafft. Eine Betriebssysteminstallation, wie hier diese alte von Windows XP, ist sowieso ein Beispiel, wo auch eine Abbrechbarkeit generell ein bisschen schwierig ist. Also es gibt Operationen, wo man sagen kann, naja, abbrechen, es geht eigentlich nicht. Der Vorgang muss komplett durchgeführt werden. Man kann den nicht abbrechen. Wenn das der Fall ist, dann muss man den Nutzer aber im Vorfeld darauf hinweisen, dass man jetzt einen Vorgang macht, den man nicht abbrechen wird können. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das zu Beginn passiert und auch einen Hinweis darauf gibt, wie lange das dauern wird, dieser Vorgang. Denn sonst hat der Nutzer keine Möglichkeit, wirklich zu entscheiden, ob er das jetzt tun will, was da angeboten wird oder nicht. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, und da ist Windows wieder ein schönes Beispiel, man sollte es nie so machen, dass nicht abbrechbare Operationen automatisch gestartet werden. Und wieso sage ich, dass Windows ein gutes Beispiel dafür ist? Ja, sagen wir mal, das Windows Update ist notorisch dafür, dass solche Sachen passieren. Das ist zwar heute besser geworden, aber es hat immer noch manchmal diese Eigenart, dass es ein Update anleiert und man kann das dann, man kann da nichts machen. Zum Beispiel, dass man, wenn man herunterfahren drückt, dann gesagt, jetzt werden 20 Updates installiert, bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Also bitte, warum habe ich denn herunterfahren gesagt? Genau, weil ich ihn ausschalten wollte. Das ist nicht besonders geschickt, das so zu lösen. Ja gut. Andererseits hat man bei Microsoft das Problem, dass die Leute nicht die Updates ewig verzögern sollen und dann hinterher unsichere Systeme haben. Aber das ist ein anderes Thema hier. Jedenfalls sollte es nie passieren, dass das einfach so losläuft. Und davon habe ich ein schönes Beispiel, ein schönes lokales Beispiel aus Paderborn, nämlich von den Finke-Baskets Paderborn, dem Basketballverein. Heute heißt der Uni-Baskets. Die Universität ist ja heute der Sponsor dieses Basketballvereins. Das ist also schon ein paar Tage her, wie ihr hier seht. Und ja, was ist passiert? Ich lese es vor. Das Heimspiel der Paderborner Finke-Baskets gegen die Niners Chemnitz begann 25 Minuten zu spät. Das war das Problem. Warum? Der Laptop, der die Anzeigetafel steuerte, installierte ein automatisches Windows-Update. Da mag es sein, dass vorher mal irgendwo sowas gestanden hat. Dann gab es ja manchmal auch so einen Countdown. Wenn Sie jetzt nicht in zehn Sekunden hier drücken, dann wird das Update. Das kann aber jemand übersehen. Muss ja nicht gerade drauf gucken zu diesem Zeitpunkt. Ja, was ist dann passiert? Es begann 25 Minuten zu spät. Die Paderborner haben gewonnen, 69 zu 62. Aber Chemnitz hat Protest eingelegt. Und am grünen Tisch hat es dann geheißen, das Spiel geht an Chemnitz. Denn 25 Minuten Verspätung ist zu viel. Es ist nicht zulässig. Und Paderborn hat zusätzlichen Punktabzug bekommen. Das Problem war damals, Paderborn war notleidend in der Tabelle und hätte den Abstieg bedeutet. Und das war natürlich dann ein großes Problem. Am grünen Tisch konnte das hinterher ausgebügelt werden. Also diesen zusätzlichen Punktabzug hat es dann nicht gegeben und Paderborn konnte dadurch die Liga halten. Trotz alledem sieht man, welche Folgen es haben kann, wenn irgendwelche Prozesse automatisch loslaufen. Und das ist ja nun eigentlich noch fast egal. Also gut, wer Fan dieses Vereins und wer, naja, Mitglied dieses Vereins wird das vielleicht anders sehen. Aber es gibt natürlich Dinge, wo es wichtiger ist, dass eine Software läuft oder dass ein System läuft und dass nicht irgendein Prozess automatisch losgelaufen ist, den man dann nicht beenden kann, der gleichzeitig die Funktionsweise des Ganzen ganz extrem beeinträchtigt. Abbrechbarkeit gilt auch für Eingabeoperationen. Also auch wenn ich längere Eingaben mache, sollte ich die abbrechen können. Wieso kann ich eine Eingabe nicht immer abbrechen? Ich muss ja einfach nicht weiterschreiben. Ja gut, aber es ist ja manchmal so, dass ich irgendwo etwas Längeres eingegeben habe und dann feststelle, ich muss was anderes eingeben. Ich hätte was anderes machen sollen. Und dann muss diese Operation abgebrochen werden können. Und das sollte nicht heißen, dass ich eine Viertelstunde auf der Backspace-Taste herumlungern muss oder dass ich irgendwelche anderen Tastenkombinationen drücken muss, um alles zu markieren und zu löschen, also den manuellen Weg zu gehen, sondern die Operation selbst, die Eingabeoperation selbst sollte irgendwie abbrechbar sein, während sie noch durchgeführt wird. Und das geht auch. Hier auf der rechten Seite seht ihr ja den, also eine Shell, eine Unix Shell hier auf dem Mac und ich habe oben was ziemlich langes eingetippt und das will ich jetzt gar nicht mehr. Und was kann ich machen in der Shell? Ich kann STRG-C drücken. Und wenn ich STRG-C drücke, dann steht das für Cancel. In grafischen User-Überflächen steht es ja für Copy, aber im Textbereich steht es für Cancel. Gut, irgendeine Konvention. Aber auf jeden Fall habe ich dann diese Eingabe abgebrochen. Ich muss also sie nicht löschen und ich muss sie auch nicht sinnlos per Enter auslösen. Das könnte ja auch mal ein Befehl sein, der dann tatsächlich etwas tut, sondern ich kann einfach STRG-C drücken und lande wieder bei einer neuen Eingabe. Drag-and-Drop-Operationen kann man per Escape-Taste abbrechen. Und das Drücken von Buttons, wenn man ein Button gedrückt hat und dann merkt, oh, ich wollte das gar nicht, im Zeitpunkt, wo man noch gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber kann ja sein. Dann könnt ihr den gedrückten Mauszeiger, also die gedrückte Maus wegschieben von dem Button und dann geht der Button wieder raus und die Funktion wird auch überhaupt nicht ausgelöst. Das ist zumindest in allen Systemen so, die ich so kenne. Inklusive der modernen Smart-Systeme wie Smartphones und Tablets. Das ist die Lift-Off-Technik, von der ich schon mal gesprochen habe. Die funktioniert also auch an dieser Stelle als Abbrechbarkeitsmöglichkeit für Buttons. Ich habe eben erzählt, abbrechen sollte den Zustand von vorher wiederherstellen. Wenn ein langlaufender Prozess ist oder hier sowas, eine Eingabe, ich möchte den Zustand von vorher wiederhaben, wenn ich das abbreche. Und das ist ja hier auch immer der Fall. Aber was ist denn, wenn ich den Zustand von vorher wiederhaben möchte und er ist schon fertig, also der Prozess ist schon durchgelaufen, der Prozess ist abgeschlossen, na dann wird die Abbrechbarkeit, das Abbrechen danach, wenn man so möchte, zur Rücknehmbarkeit. Und da kann man eigentlich auch sagen, es sollte immer vorgesehen werden, dass man etwas zurücknehmen kann, dass man also zum vorherigen Zustand wieder zurückkehren kann. Also, wenn man so will, im Nachhinein abbrechen. Das führt natürlich zur Rückgängig-Funktion, zur Undo-Funktion. Und wenn man so ein Undo hat, dann ist natürlich das Schöne, ich kann so ein Trial und Error machen. Ich kann mal etwas ausprobieren und dann stelle ich fest, ach nein, das war nicht das, was ich wollte. Jetzt muss ich aber nicht mühselig irgendwie eine Gegenfunktion suchen oder alles einzeln rückgängig machen, sondern ich kann diese ganze Operation, die ich gemacht habe, mit einem Schritt rückgängig machen. Das Undo. Und dann kann ich halt ein Trial und Error ausprobieren. Undo ist natürlich auch gar nicht ohne. Denn ein einfaches Undo, was sich nur auf einen Schritt bezieht, das ist für dieses Trial und Error, na, eher kritisch. Denn dann müsste ich ja immer sofort bemerken, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber das merke ich ja vielleicht erst drei, vier Schritte später. Und wenn ich dann immer nur einen Schritt zurückgegeben kann, dann ist das natürlich problematisch. Und einfache Undo-Implementierungen sind so. Da nimmt nämlich das zweite Undo, wenn ich nochmal Undo mache, quasi das Undo zurück. Und dann kann ich immer nur zwischen zwei Zuständen hin und her switchen. Bessere Undo-Implementierungen, die hat man heute auch verbreitet, nehmen mehrere Schritte zurück, beziehungsweise erlauben es, mehrere Schritte zurückzunehmen. Dann muss man aber auch auf jeden Fall daran denken, dass man eine Redo-Funktion braucht. Und ich habe hier extra den Begriff Undo und Redo verwendet, denn im Deutschen wird Redo gerne mit Wiederholen übersetzt. Aber das ist eigentlich falsch. Es müsste eher heißen, ja, ich finde auch keine gute Übersetzung für Redo als Gegenstück zu Undo. Aber Wiederholen ist es eigentlich nicht. Wiederholen könnte ich zum Beispiel so verstehen, ich markiere einen Absatz, mache den fett, markiere den nächsten Absatz und drücke auf Wiederholen. Aber das ist nicht die Funktion, die dann passiert. Ja, wie könnte man Redo ins Deutsche übersetzen? Vielleicht hat von euch jemand eine schöne Alternative zu Wiederholen? Ich weiß jetzt im Moment gerade keine. Undo und Redo ist auch an anderer Stelle nicht ohne. Nämlich dann, wenn ich große Datenmengen habe. Also die Formatierung einer Festplatte hatte ich ja eben schon mal als Beispiel. Da mal eben so ein Undo zu machen, das ist schwierig. Auch wenn ich ein Terabyte von Daten von einer Platte auf die andere kopiert habe, dann ein Undo zu machen. Gut, das funktioniert vielleicht. Aber das Redo, dann wird dann wiederum schwierig. Dauert dann ja wieder sehr lange. Da muss man sich vielleicht irgendwelche Tricks überlegen. Aber ganz kritisch wird es, wenn ich kollaborative Systeme habe. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem gemeinsam einen Text schreibe. Und vielleicht seid ihr momentan auch gerade mit solchen Tools beschäftigt. Vielleicht braucht man die etwas mehr als früher, wo wir jetzt alle von zu Hause gerade arbeiten. Und ich mache dann eine... Also ich mache etwas und ein Kollege von mir zum Beispiel schreibt auch ein bisschen Text. Was passiert denn, wenn ich jetzt Ando mache? Was andue ich denn? Da ist dessen Operationen oder nur meine Operationen? Beides kann irritierend sein. Meistens ist es so gelöst, dass man nur seine eigenen Operationen rückgängig machen kann. Aber wenn man wirklich intensiv zusammenarbeitet und zum Beispiel sich gerade parallel auch noch in einem Chat unterhält, im Videochat oder Audiochat oder wie auch immer, dann wirkt das teilweise komisch, weil man weiß dann teilweise manchmal gar nicht, wer hat denn diese Änderung eigentlich gemacht? Weil man arbeitet ja zusammen. Und dann will man das rückgängig machen und macht dann etwas anderes rückgängig als das, von dem man gedacht hatte, dass man es rückgängig macht. Also Ando im Zusammenhang mit kollaborativen und nebenläufigen Operationen ist eine ganz tricky Angelegenheit. Und da müsst ihr, wenn ihr eine solche Anwendung habt, richtig Gehirnschmalz investieren, dass ihr da eine gute Lösung habt. Eine komplexere Form als Abbrechbarkeit, das ist ja eigentlich noch das einfachste Abbrechen, ist das Unterbrechen. Und das hat natürlich in vielen Situationen, ergibt das viel Sinn. Also wir hatten ja schon das Beispiel des Kopierens großer Datenmengen. Hier das Beispiel, ein Medienarchiv wird kopiert und jetzt sehe ich, 30 Prozent kopiert, noch circa vier Stunden soll es dauern. Das mache ich jetzt mit meinem Laptop zum Beispiel und dann stelle ich fest, ach du liebe Güte, ich brauche meinen Laptop, ich muss in die Vorlesung, ich muss eine Vorlesung halten. Das heißt, ich kann jetzt nicht vier Stunden warten. Abbrechen, dann muss ich ja nochmal, wie lange, eine Stunde, wenn man mal das jetzt als zeitlichen Verlauf sieht, dann habe ich die ja irgendwie verloren. Das möchte ich aber auch nicht. Ich möchte das unterbrechen. Ich möchte unterbrechen können und hinterher, wenn ich wieder da bin, möchte ich das fortsetzen können. Das ist doch eine viel bessere Art der Operation. Unterbrechen ist auch oft dann sinnvoll, wenn etwas zum Beispiel sehr viel Rechenzeit zieht und man kann mit seinem Rechner vielleicht irgendwie gar nicht mehr normal arbeiten. Dann möchte ich das unterbrechen, dann mache ich meine Arbeit zu Ende und irgendwann, wenn der Computer sowieso nicht viel zu tun hätte, weil ich vielleicht nicht mehr so viel damit mache, dann lasse ich das weiterlaufen. Unterbrechbarkeit ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung zur Abbrechbarkeit, weil die Abbrechbarkeit einen eigentlich immer erzwungene Sequentialitäten verursacht, wenn das, was man abbricht, man eigentlich doch machen wollte, nur nicht zu diesem Zeitpunkt. Die Unterbrechbarkeit hat aber natürlich ihre Nachteile, was das User Interface angeht, viele Herausforderungen im User Interface, denn ich habe ja einen Status jetzt, ich habe ja jetzt diesen Prozess, der jetzt hier abläuft und den ich hier unterbreche, der muss ja nicht nur als Fenster dargestellt werden, sondern wenn ich den unterbreche, dann muss der irgendwo als Objekt zu sehen sein, dass ich auch wieder aufrufen kann. Und dadurch habe ich natürlich eine komplexere User Interface Gestaltung, die ich machen muss. Ich muss mir also irgendwas überlegen, wie ich diese Prozesse verwalte. Ich brauche eine richtige Prozessverwaltung. Auch jetzt, wie beim Abbrechen, muss ich auf Folgen hinweisen. Zum Beispiel bei dem Medienarchiv und ich sage jetzt unterbrechen, dann sollte ich darauf hingewiesen werden, dass das Medienarchiv in einem undefinierten Zwischenzustand ist und ich zum Beispiel dann den Medienplayer, das ist jetzt alles hypothetisch, aber könnte ja so sein, ein Medienplayer, für den dieses Archiv ist, zwischenzeitlich nicht benutzen kann. Darauf muss hingewiesen werden. Und worauf auch hingewiesen werden muss, ist, dass sich die Grundlage des Prozesses in der Zwischenzeit ändern kann. Das heißt, es kann ja sein, dass ich auf Unterbrechen drücke und jetzt ändere ich die Daten, die da kopiert werden sollen. Ich lösche zum Beispiel einige Dateien da raus und dann lasse ich den Prozess irgendwann mal weiterlaufen. Oder ich ändere am Ziel, ich ändere den Verzeichnisnamen des Ziels. Ja, dann habe ich aber ein Problem, wenn ich das weiterlaufen lassen möchte. Das heißt, ich muss dann entweder es anbieten, dass ich dann nachträglich rückabwickle, was auch nicht ohne ist, oder Fehler tolerant fortfahre oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist das dann zu bedenken, wenn ich eine Unterbrechbarkeit habe. Das ist aber eigentlich, sagen wir mal, sowieso schon zu bedenken, wenn ich überhaupt länger läufende Prozesse habe. Denn da könnte ich ja auch solche Sachen machen. Ich könnte ja auch während des Kopierens hier anfangen und irgendwie Dateien da wegziehen. Und das würde ja schon zu einem Problem werden. Unterbrechbarkeit bei länger laufenden Bearbeitungen ist auch notwendig. Jetzt hatten wir gerade wieder über den Prozess gesprochen. Es läuft irgendwie ein Prozess länger ab mit so einem Fortschrittsbalken und da möchte ich unterbrechen können. Aber häufig habe ich ja auch mehrere Schritte. Ich habe irgendwo mehrere Arbeitsschritte und möchte da unterbrechen können. Und da hilft dieses Beispiel sich einmal anzugucken. Ich habe eine Software und die speichert nur konsistente Zustände ab. Inkonsistente oder nicht ausgefüllte Datensätze kann ich nicht speichern. Ich habe schon mal das Beispiel der Steuererklärung verwendet. Ich weiß nicht, wie viele von euch Steuererklärungen schon machen, aber ihr könnt es euch sicher vorstellen. Ein komplexes Formular, was man ausfüllen muss. Und am Ende muss man das zum Finanzamt schicken. Digital oder auch als Ausdruck. Beides ist da ja möglich. Aber auf jeden Fall ist das durchaus ein komplexerer Vorgang. Und jetzt stellt euch das vor, ihr könntet nur korrekt, also formal korrekt ausgefüllte Steuererklärungen abspeichern. Das wäre wirklich ärgerlich. Also ihr könntet dann viele Dinge nicht machen. Ihr könntet keine Pausensicherung machen. Ihr könntet also nicht abspeichern und sagen, ich mache nach der Pause weiter. Müsstet die Software laufen lassen. Ihr könntet aber auch nicht sowas machen wie Gedächtnisentlastungen. Also wenn ich irgendeine Software habe und schreibe in irgendein Feld, jetzt rein fehlt noch. Zum Beispiel, ich habe irgendwo was, wo drin steht, ich soll da eintragen, in welchen Vereinen ich bin. Das gibt es ja tatsächlich. Und dann schreibt man da rein, fehlt noch oder so was. Ja, oder bei Straße, wie es hier steht. Das könnte ich nicht machen, wenn dann der Rest dazu nicht passt. Das wäre sehr ärgerlich. Was ich dann immer machen müsste, um das überhaupt abspeichern zu können, ist, ich müsste irgendwelche Unsinnssachen da eintragen, die den formalen Kriterien genügen, nur um es abspeichern zu können. Das heißt, ich hätte hier keine Unterbrechbarkeit des Prozesses, weil ich den ganzen Prozess nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrechen und speichern kann. Das sollte ich natürlich erlauben. Und was ich dann brauche ist, naja, ich muss es abspeichern können und brauche dann wiederum einen Mechanismus, mit dem ich diesen Prozess wieder hervorkamen kann. Das ist beim Speichern einfach. Das ist die Datei, das Datei öffnen. Naja, und dann muss ich auf die Inkonsistenzen in den Daten hingewiesen werden können. Das ist natürlich die erheblich bessere Lösung, als wenn ich eine Unterbrechung eines langen Prozesses nicht erlaube. Ja, habe ich jetzt wieder so ein komisches Beispiel konstruiert, was es ja gar nicht gibt? Nicht ganz. Denkt mal an die Amazon-Bestellung, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Die kann man an einigen Stellen des Vorgangs unterbrechen, aber nicht an allen. Also ich kann zum Beispiel meinen Warenkorb füllen und dann nicht zur Kasse gehen. Das ist gar kein Problem. Und wenn ich dann ein paar Tage später komme, dann habe ich sogar tatsächlich immer noch die Sachen in dem Warenkorb. Aber was ich nicht machen kann, ist, dass ich den Bestellvorgang starte und sage, ja, ich gebe schon mal an, an welcher Adresse das geliefert werden soll. Ich gebe an, dass es als Geschenk verpackt werden soll. Und dann werde ich gefragt hinterher, ja, wie soll das bezahlt werden? Und dann stelle ich fest, oh, ich habe irgendwie meine Kreditkarte nicht hier, meine Kreditkartendaten nicht hier. Das möchte ich unterbrechen an dieser Stelle und später fortsetzen. Geht nicht. Ich muss dann diesen Prozess, den ich vorher gemacht habe, nochmal machen. Und ich hoffe, ich tue Amazon jetzt kein Unrecht damit. Falls es anders sein sollte, schreibt mir mal eine Mail. Ich glaube, es geht nicht. Aber man könnte sich sonst auch vorstellen, dass es nicht gehen könnte in solchen Abläufen. Also immer, wenn ich Abläufe von mehreren Schritten habe, müsste ich eigentlich unterbrechen können und das später fortsetzen können. Der Nachteil ist natürlich wieder, ich brauche wieder dafür eine Schnittstelle. Ich müsste irgendwie diesen Bestellvorgang in Amazon sehen können und sagen können, da will ich jetzt weitermachen an dieser Stelle. Kommen wir zum letzten Aspekt, der Beeinflussbarkeit der Nebenläufigkeit. Wir hatten jetzt schon die Abbrechbarkeit. Etwas höherwertig, wenn man so will, ist die Unterbrechbarkeit. Und dann haben wir noch die Nebenläufigkeit. Die ist nochmal ein Stückchen komplexer, aber sie ersetzt die anderen beiden nicht. Also auch bei Nebenläufigkeit kann ich Unterbrechbarkeit haben und Abbrechbarkeit habe ich sowieso in Unterbrechbarkeit sinnvollerweise mit drin. Nebenläufigkeit kann man jetzt auf zwei Ebenen sehen. Einmal auf Betriebssystemebene, dann spricht man üblicherweise ja von Multitasking. Und naja, das ist natürlich heute üblich. Ich habe eine Software und während diese Software arbeitet, kann ich in eine andere Software wechseln und eine Software läuft im Hintergrund weiter. Das ist nicht auf allen Mobilplattformen gleichermaßen möglich, aber mittlerweile ist es eigentlich auch so, dass auch da, wo Nebenläufigkeiten sinnvoll möglich sind, diese Nebenläufigkeiten auch funktionieren. Dass es auf Mobilplattformen nicht so mit Begeisterung umgesetzt wurde von manchen Herstellern, namentlich von Apple, lag daran, dass Multitasking natürlich potenziell auch ein Leistungsfresser ist, wenn man irgendeinen Prozess im Hintergrund laufen hat, der dann die ganze Zeit irgendwie weiterrechnet und man merkt das vielleicht gar nicht. Am Laptop und am Desktop ist das nicht unbedingt so kritisch, aber bei einem Handy mit einem relativ schmalen Akku, da kann das natürlich zu Problemen führen und auch sowieso ist die Leistungsfähigkeit ja geringer, zumindest früher gewesen. Ja, also die Taskwechseloperation, die ist natürlich nicht für uns jetzt interessant, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das wäre jetzt interessant, wenn wir über das Design von Betriebssystem sprechen wollen. Nur, was machen wir denn eigentlich, wenn wir fertig sind, wenn ein Programm im Hintergrund fertig ist? Was machen wir dann? Ja, dann kommen wir wieder auf die Attentionalität zurück. Wir machen das, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Klangausgabe, blinken und hüpfen, bereitstellen einer übergreifenden Fortschrittsanzeige, Icon-Overlay im Task-Switcher, automatisch ins Programm wechseln, wenn es fertig ist. Das letzte machen wir nicht. Also eine Software, die sich automatisch in den Vordergrund spielt, wenn sie fertig ist, das machen wir auf keinen Fall. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Da werden wir auch später nochmal in einem Video im Zusammenhang mit dem Fokus-Stealing sehen, dass das eine ganz schlechte Technik ist. Also das ist Fokus-Stealing, das nennt man das, wenn ein Programm in den Vordergrund kommt und dann auch den Eingabefokus auf sich zieht. Auf gar keinen Fall. Aber eine Klangausgabe können wir natürlich machen. Blinken und hüpfen können wir machen. Das kennt man. Also beim Mac ist das unten in dem Dock. Da fängt ein Icon dann an zu hüpfen, wenn das Programm was möchte. Bei Windows wird das etwas subtiler gemacht, aber finde ich eigentlich sogar fast besser. Die Taskbar oder der Task in der Taskleiste fängt an zu blinken. Das funktioniert natürlich auch. Schön ist natürlich, wenn ich sowas habe wie hier unten, zu sehen ist also eine Progress-Bar in der Taskleiste oder rechts auch zu sehen, bei Handbrake. Das ist eine Software zum DVDs rippen. Und da sehe ich auch in diesem Icon eine kleine Fortschrittsanzeige. Das heißt, ich muss nicht immer in diese Software zum Monitoring zurückwechseln. Total, total gut. Ja, und wir könnten natürlich ja auch sowas machen, dass wir irgendwie so eine Einblendung machen ins System. Irgendwie der Export ist jetzt fertig oder irgendwie sowas. Also auf der Ebene gibt es einige Möglichkeiten. Aber auf keinen Fall einfach in das Programm hinein wechseln. Selbst wenn es technisch die Möglichkeit geben sollte. Besser nicht. Wichtiger für uns ist aber auch diese andere Form der Nebenläufigkeit, nämlich innerhalb unserer Software. Also wir haben wieder irgendeine Software und wir möchten, haben in der Software länger laufende Prozesse und jetzt können wir sie abbrechen. Wir können sie unterbrechen. Aber schön wäre es ja auch, wenn wir eine Nebenläufigkeit hätten. Das heißt, wir können irgendeinen Prozess anstoßen und müssen dann jetzt nicht warten, sondern können an anderen Stellen mit der Software weiterarbeiten. Dann müssen wir uns um Nebenläufigkeit kümmern, nebenläufige Prozesse. Und ihr wisst alle aus der Programmierung, dass Nebenläufigkeit, also Threading, dass das nicht ohne ist, dass es da Schwierigkeiten geben kann. Und auch im User Interface ist das nicht ohne, wenn man das hat. Denn man muss dafür Sorge tragen, dass diese Prozesse dann ja wieder eine Verwaltung bekommen. Spätestens jetzt brauchen wir sie. Spätestens jetzt brauchen wir irgendetwas, was eine Prozessverwaltung ist. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Das eine ist Lightroom, unten links. Und ihr seht da, da steht 81 Dateien exportieren. Und dann habe ich so eine Fortschrittsanzeige und da kann ich auf X drücken. Und wenn ich sogar mehrere solche Prozesse habe, dann kann ich die auch durchschalten. Naja, das funktioniert ganz leidlich. Ich würde mir da eigentlich mehr vorstellen. Und wahrscheinlich würde ich mir deswegen mehr vorstellen, weil ich aus einer anderen Software, aus der Software Aperture, die man auf der rechten Seite sieht, Besseres kenne. Leider gibt es die Software nicht mehr oder sie wird nicht mehr weiterentwickelt, schon seit vielen Jahren und ist dadurch technisch auch stark ins Hintertreffen gekommen. Aber so von der Funktionalität her des User Interfaces hatte sie, Lightroom, vieles voraus. Und unter anderem konnte man so eine Nebenläufigkeit, dann konnte man so eine Anzeige, so eine Aktivitätsanzeige hier sehen, wie so eine Art eigenen Task Manager. Und da standen dann mehrere Tasks drin. Hier ist es jetzt mal nur einer, aber es konnte da die ganze Liste auch durchaus voll sein. Und dann konnte man die Einzelnen unterbrechen und abbrechen und konnte sehen, was da eigentlich passiert. Das war eigentlich so das Beste, fand ich, auf dieser Ebene. Diese Software erlaubt es, dass ich mit der Software weiterarbeite, während ein Prozess abläuft. Das hat jetzt wieder Probleme oder kann für Probleme sorgen. Zudem, dass ich irgendwo so eine komplexe neue Schnittstelle brauche, eine grafische Nutzungsschnittstelle brauche, muss ich daran denken, dass sich nebenläufige Prozesse stören können. Das heißt, ich mache so einen Export und währenddessen kann ich ja was anderes machen und das könnte ja da Einfluss haben auf diesen Export. Und dafür muss man Sorge tragen. Und da gibt es erstaunlichste Dinge. Ich verwende hier zum Beispiel, um diese Videos so zusammenzuschneiden, auch mit dem Bildchen in die Ecke und einige meiner Versprecher rauszumachen, zum Beispiel die Software iMovie von Apple. Die ist beim Betriebssystem ja dabei, ein relativ einfaches Schnittprogramm. Was ich da machen kann ist, ich kann, wenn ich so einen Export mache, zum Beispiel die Dateien, die Quelldateien umbenennen. Ich kann sie sogar in Papierkorb tun. Ich darf sie nur nicht ganz löschen. Wenn ich sie ganz lösche, dann kriege ich ein Problem. Aber umbenennen und in Papierkorb tun ist kein Problem. Das liegt an der Art, wie das Dateisystem bei Mac funktioniert. Aber was ich zum Beispiel auch machen kann ist, ich kann, wenn ich da diese ganzen Schnipsel hintereinander habe und mache Export, dann kann ich die auch alle löschen und kann den Film nochmal anders zusammenschneiden oder einen anderen Film in diesem gleichen Projekt schneiden und der Export läuft weiter und es wird auch der ursprüngliche Film exportiert. Da hat man tatsächlich daran gedacht, bei der Nebenläufigkeit, dass das so funktionieren muss. Lightroom ist wieder ein Gegenbeispiel. Da passiert mir das öfter. Ich verwende diese Software und ich mag sie eigentlich gerne. Aber was ich häufig mache ist, ich habe viele Bilder und jetzt mache ich irgendwann einen JPEG-Export auf einen Ordner auf der Festplatte, weil ich die Dateien hinterher hochladen will. Zum Beispiel. Völlig egal. Ich mache auf jeden Fall einen JPEG-Export. Und während dieser Export läuft, dann bin ich ja fertig mit meiner Aktion, die ich gemacht habe. Dann denke ich häufig, jetzt könnte ich aufräumen und fange dann an, Ordner umzubenennen. Und ich mache das nicht außerhalb des Programms. Ich gehe nicht etwa in den Finder beim Mac oder in den Explorer bei Windows, sondern ich mache das in Lightroom. In Lightroom habe ich die Ordnerstruktur sichtbar und ich benenne da die Ordner um. Dann kriege ich als nächstes, bin ich immer verwundert, dass es ganz schnell fertig ist, der Export, weil ich nur noch eine lange Fehlermeldung kriege, wo drin steht, dass die Quelldateien nicht gefunden werden konnten. Und da muss ich sagen, da ist die Nebenläufigkeit an dieser Stelle dumm gemacht. Denn man könnte relativ einfach darauf reagieren. Die einfachste Methode wäre, dass man das sperrt, dass man sagt, während der Export aus diesem Ordner passiert oder dieser Objekte passiert, kann ich da nicht Umbenennungen machen. Das wäre zwar eine Einschränkung, aber damit könnte man leben. Es würde zumindest nicht zu diesem irritierenden Fehler führen. Das Bessere wäre natürlich, das System würde ja merken, dass ich diese Quelldateien gerade verschiebe und würde das nachhalten und würde den Export einfach weitermachen. Das kann man natürlich lösen. Andere können das ja. Und erstaunlich ist es vor allen Dingen deswegen, weil ich es halt ja in dieser Software mache, dass so eine Software nicht so gut darauf reagieren kann, dass ich von außen ihr quasi die Dateien unterm Hintern wegziehe. Das kann ich ja verstehen. Aber wenn ich in der Software ein Objekt umbenenne, dann weiß die Software das ja eigentlich. Also man hätte das vorsehen müssen. Das ist ein Fehler meiner Meinung nach, der seit Versionen und Versionen so besteht und nicht gefixt wird. Letzter Punkt noch. Diese Anforderung hier übrigens, dass ich, wenn ich eine Nebenläufigkeit habe, ein User-Interface brauche, um diese Prozesse verwalten zu können. Also um sie abzubrechen oder unterbrechen zu können. Das ist auch dann so, wenn eine Software einen anderen Prozess im Hintergrund startet. Und das ist oft ein Problem. Beispiel, ihr habt eine Software, mit der ihr ein User-Interface baut für ein Konvertierungsprogramm für Videos. Und im Hintergrund verwendet diese Software dann den Prozess FFmpeg, also die Software FFmpeg. Das ist ja eine große Bibliothek, mit der man bei Videos so ziemlich alles machen kann, was man so machen kann. Ja, und die GUI gibt dann irgendwann die Kontrolle an diesen Kind-Prozess ab. Aber ich brauche in der GUI dann die Möglichkeit, diese Prozesse auch noch steuern zu können. Anderes Beispiel, ich nehme eine Textverarbeitung und kann da drin drucken. Und dann müsste ich eigentlich auch in dieser Textverarbeitung diesen von dort gestarteten Druck sehen und auch dort unterbrechen können. Ich finde es keine gute Lösung, die allerdings üblich ist, dass man das auf die Betriebssystem-Ebene verschiebt. Und dass man diesen Prozess nur dann löschen kann, diesen Druckauftrag nur dann löschen kann, wenn man dann den Drucker quasi öffnet und in die entsprechenden Druckereinstellungen geht. Man kann sich damit behelfen, dass man das damit macht, aber dann sollte man doch in der Textverarbeitung es wenigstens vorsehen, dass da noch eine Möglichkeit ist, dass man da sieht, hier wird gerade gedruckt von mir aus. Also Word, ich bin Word, ich drucke gerade. Und drückt doch hier und dann öffnet sich da entsprechend das Fenster mit den Druckeinstellungen. Das wäre ja zumindest mal eine Möglichkeit. Was stattdessen passiert? Es wird einfach an den Druckspooler abgegeben und das Betriebssystem kümmert sich dann um den Rest. Und in dem Programm, in dem ich diesen Prozess gestartet habe, kann ich ihn nicht beeinflussen. Das ist keine gute Gestaltung. Jetzt habe ich mich in Rage geredet und habe mich auch genug in Rage geredet für dieses Video. Wir sind nämlich auch fertig. Und damit ist auch dieser Bereich Interaktivität schon fertig. Das heißt, wir haben die beiden großen Blöcke Präsentation und Interaktion bereits fertig. Und im nächsten Video geht es dann mit einem ganz anderen Bereich weiter. Da geht es nämlich darum, dass wir ja üblicherweise nicht nur einen Bildschirm mit einem Objektarrangement haben, sondern immer mehrere. Und dazwischen brauchen wir Übergänge und die gilt es ja zu gestalten.